Wir servieren euch Stass und Sternchen. Geschichten aus dem Medienbusiness. Mein Sex mit einem Teen-Star. Feiern mit euch die wildesten Partys. Schöner als die Nacken. Liefern euch Kochrezepte. So gut, ich kann den euch nur empfehlen. Einkaufstipps. Das ist das Lieblingsparfüm meiner Mutter. Ganz genau, ein Träubchen hinter jedes Ohrläppchen. Und Challenges. Feeling Nass. Packt euch an die Kroni-Wählen. Und lieben es, Schwachpunkte und Highlights von TV-Sendungen zu besprechen. Wenn Aaron spricht, denke ich an was Schönes, sowas wie eine Dame spielen. In unserer Top 10 erfahrt ihr außerdem, wer in und wer out ist. Ein paar, dass ich kein Subautor hätte besser ausdenken können. Lasst euch unterhalten. Wir nehmen keinen Schlüpfer vor den Mund. Ich bin mir das mutig und du sagst, er hat was in der Rose. Nein. Das macht er ja nicht. Ich bin Mama Wollny. Sebastian Wurt. Nico Schwann. Seht ihr beim Partyprinz. Partyprinz. Alles. Ich bin Sommer. Das macht er ja nicht wie ein Kroni-Wählen. Ab...